Hier präsentieren wir die 5 besten Fenstersaugertests. Lass uns anfangen! Liste zu Startnummer 5. Lifehide 51113 Fenstersauger Der Hersteller Lifehide hat ebenfalls sich effektiv auf dem deutschen Markt entwickelt und punktet auch mit einem zweiten Design, der Lifehide 51113 Fensterstaubsauger. Dies ist in der Mittelklasse bewertet sowie damit zusätzlich optimal für den schmalen Geldbeutel ist. Mit dem Lifehide 51113 Hausfenstern Vakuum, streifenfreie Reinigung von glatten Oberflächen ist nicht länger ein Traum. Dabei muss darauf geachtet werden, die Verwendung des Gadgets nur auf nasse Oberflächen zu machen, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Es ist auch wichtig, eine defekte oder gebrauchte Gummilippe in einer angemessenen Art und Weise zu ändern, um das hervorragende Ergebnis zu erhalten. Nummer 4. Intel Fenstersauger Das Intel Heimfenster-Vakuum wird durch seine besonders hohe Wirksamkeit und die beiden einstellbaren Reinigungsstufen gekennzeichnet. Dies ermöglicht eine ziemlich große Fläche gereinigt werden, so dass Sie zwischen zwei Stärkepegeln und von Hand definiert die Macht wählen. Die zusätzliche lange Teleskopstange, die aus im Bereich der Lieferung bestanden wird, erheblich vereinfacht Reinigung, da es schnell sogar schwer zu erreichenden Bereichen, wie beispielsweise Fensterkanten erreichen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Kärcher Akku Fenstersauger WV50 Plus Ein weiteres Kärcher-Design, die Kärcher WV50 und auch Staubsaugerhaus-Fenster, ist ebenfalls ideal für alle glatten Oberflächen zu reinigen. Diese bestehen aus Zuhause-Fenster, Spiegel, Fliesen und Duschkabinen. Dies ist derzeit die zweite Gadget aus dem Markt Lieder Kärcher, die mit den Verbrauchern bevorzugt wird tatsächlich überprüft hat. Vielen Dank an den integrierten Akku, anpassungsfähige Reinigungs ist jederzeit möglich sowie über alle Standorte. Die Batterie dauert ca. 20 Minuten, die mit einer gewöhnlichen Initiative von einer Minute pro Fensterreinigung von rund 20 Fenstern pro Akkuladung anzeigt. Nummer 2. Lifehide Fenstersauger SET 3 & CLEAN Das einzigartige Merkmal des Lifehide Fenster-Vacuum-Gesetz 3 & CLEAN ist, dass es die Verwendung von in einem beliebigen Winkel gemacht werden kann. Dies ermöglicht es, verschiedene Produkte aus verschiedenen Einstellungen gereinigt werden. Als Folge des modernen Stils sowie die bestehende Farbgebung in Weiß-Türkis, ist der Reiniger nicht nur sinnvoll, aber zusätzlich wirklich toll zu betrachten. Die Lifehide Fenster-Vacuum hat auch eine brandneue Standby automatisiert, wodurch die Batterie schont. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kärcher Akku Fenstersauger WV 5 Premium Unsere geradezu Farbe ist eine Version des Innovator des Hauses Fensterreiniger, Kärcher. Mit dem Kärcher Fenster-Vac WV 5 Premium ist auch die Familie angenehm. Vielen Dank an das manuelle Sparkar, können Sie bequem und schnell eine breite Palette von Oberflächen reinigen. Der Reiniger ist mit zwei Düsen ordentlich wiegenden sowie schmale Flächen in kürzester Zeit. Insbesondere durch die große Düse wird ein sehr viel Zeit konserviert, aufgrund der Tatsache, dass größere Standorte viel schneller entfernt werden kann. Je schmaler Rakel, auf der verschiedenen anderen Seite ist ideal für kleinere Flächen wie Auto zu Hause Fenster zu reinigen.